Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Astral Legends Unite. Und ich würde sagen, wir drücken hier mal direkt auf Spielen. Ich esse nebenbei ein bisschen was, also nicht wundern. Und wir sollen, ja, das Rand gewinnen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Wäre natürlich geil, wenn ich es hinkriege. Drei, zwei, eins. Let's go. Also von der Beschleunigung her, ich bin auf jeden Fall gut am Start. Ach, ich bin selbst zerstört. Ach, ich bin selbst zerstört. Boah, ich zerstört mich jetzt die ganze Zeit selbst. Ich moeten das best. Ich bin selbst zerstört. Ähm, ich würde eigentlich neu starten, aber geht nicht. Au! Das wird nichts mehr. Ich bin tatsächlich der Letzter. Ich hätte es nicht gedacht. Gut, dann müssen wir es nochmal machen. Ah, muss ich doch nicht. Aber mache ich, weil ich brauche die Flagge so oder so irgendwann. Deswegen. Was ist denn da? Oh. Okay. Okay. It's up. Okay. 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 Die sind dann alle schon direkt vorne. Okay. 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 Dann habe ich das gehört. Okay. 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 Und der andere auf einmal her. Und jetzt habe ich das Ziel erreicht. 3,5 kriege ich. Okay. Das schmeckt doch. Das ist der Autoführerschein in Deutschland. Ha. Hm. Nein. Stadtrennen. Was ist denn? Okay. Ja. Ich habe 690. Das passt, glaube ich. Warum soll ich denn jedes Kackspiel gewinnen? Nein. Nee, Alter. Passt schon. Oh, wie viele sind wir? 8. Ah. Das ist ja eine Wand. Ah. Das ist ja eine Wand. Oh nein. Ich habe mich gerade zwei Autos zerstört. Oh nee. Das ist ja nur so kurz. Oh, das habe ich nicht gedacht. Na gut. Wir müssen nochmal. Aber es geht relativ kurz. Okay. Okay, okay, okay. Es geht relativ kurz. Also eventuell schaffe ich es. Also irgendwann muss ich es ja schaffen. Aber mal gucken. Es geht nicht. Oh. Äh. let's go gewinne das rennen ja hab ich glaube ich gewonnen oder diesmal nur 3230 gekriegt das ist ja wieder mau es ist ja komplett doppelter kreisel was das 55 sekunden soll was er wird sich die ziele so 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 Ja, ich hab beides geschafft, ne? Boah, was? 5000 krieg ich dafür? Oh, ja, schmeckt. So, let's go. Goal. Dann machen wir mal 5, ne? Lass euch wieder dieses Kackrennen gewinnen. Natürlich. Oh, ich hab kein Geld mehr. Oh. Egal. Spielen. Gewinne das Rennen. Ja, mal gucken, ob ich's gewinne. Ja, mal gucken. Oh, nicht mehr. Ich hab ihn so auseinandergenommen. Scheiße, ich hab das nicht eingesammelt. Okay, easy gewonnen. Leute, ich würde auch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst keine Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Disco vorbei, der ist unten in der Videoshop verlinkt. Ab dem die Glocke, damit ihr keinen Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein und euer Sandro. Ciao.